Prüfung der Grundrentenansprüche vorerst abgeschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja schon im alten Jahr mitgeteilt, dass die Prüfung der Grundrenten im vollen Gange ist und dass bis zum 31.12.2022 die Prüfungen der Grundrenten insgesamt wohl erledigt sein sollen. Nun hat die Deutsche Rentenversicherung mitgeteilt und bestätigt, dass die Prüfung von ca. 1,1 Millionen Grundrentenansprüchen abgeschlossen ist. Dabei wurden rund 26 Millionen Renten überprüft auf mögliche Grundrentenansprüche. Geplant war ja laut Gesetzgeber, dass rund 1,3 Millionen Menschen die Grundrente erhalten werden. Es sind nur in Anführungsstrichen nur 1,1 Millionen, die die Grundrente erhalten. Der Zuschlag beträgt im Durchschnitt 86 Euro, der dort ausgezahlt wird. Das heißt also hier hat es auch schon eine Einkommensanrechnung an die Grundrente, an den Grundrentenzuschlag gegeben. Aber bitte keine Angst haben, mit der Aussage von mir, dass die Prüfung vorerst abgeschlossen ist, ist damit das Thema nicht erledigt, sondern sehr wohl können Sie ab dem 1. Januar 2023 einen Anspruch auf Überprüfung geltend machen gegenüber der Rentenversicherung nach § 307g SGB VI auf Prüfung, ob Ihnen ein Anspruch auf die Grundrente zusteht. Ja, also dieser Prüfanspruch war ja letzten Endes erst einmal gestoppt worden, vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2022, aber das können Sie auf jeden Fall jetzt prüfen. Und bei den normalen, also das heißt normalen, bei den Rentnerinnen und Rentnern, die jetzt zukünftig dann in Rente gehen, kann man letzten Endes dann davon ausgehen, dass die Rentenversicherung bei Bewilligung der Altersrenten hier entsprechend die Grundrentenansprüche mitprüft. Im Übrigen haben auch unter bestimmten Voraussetzungen Rentnerinnen und Rentner von Erwerbsminderungen auch einen Anspruch auf eine Grundrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.